Immer wenn es ernst wird, etwa im Kriegsfall oder auch jetzt in der Pandemie, werden Finanzminister zu Pragmatikern und werfen ihre Scheuklappen über Bord. In guten Zeiten wiederum scheint das Geld für progressive Projekte immer zu fehlen. Wenn du wissen willst, was wir aus Finanzpolitik in Kriegszeiten eigentlich lernen können, dann bleib jetzt dran. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In diesem Video geht es um Finanzpolitik in Kriegszeiten. Konkret schauen wir uns die Finanzpolitik der USA während des Zweiten Weltkriegs an. Als ich mein Buch Mythos Geldknappheit geschrieben habe ich dazu recherchiert und einige hochinteressante Zitate aus dem US-amerikanischen Finanzministerium gefunden. Zunächst einmal, was bedeutet Kriegszeiten? Kriegszeiten bedeutet, dass die Wirtschaft in kürzester Zeit umgerüstet werden muss, nämlich von Konsumgüterproduktion auf Kriegsgüterproduktion. Die Kriegsgüterproduktion muss möglichst schnell hochgefahren werden und das ohne die Konsumgüterproduktion so hart zu beeinflussen, dass es zu Verwerfungen wie Mangel oder Inflation kommt. Für den Staat und dessen Finanzpolitik bedeutet das, dass er kräftig aufs Gaspedal treten muss. So stiegen in den USA während des Zweiten Weltkriegs innerhalb weniger Jahre die Staatsausgaben von knapp 20% auf 45% relativ zum Bruttoinlandsprodukt an. Das ist ein massiver Anstieg und zwar erst recht, wenn man noch mit in Betracht zieht, dass das Bruttoinlandsprodukt von 1939 bis 1945 sich auch quasi verdoppelte. Daher verwundert es einen auch wenig, wenn das Staatsdefizit in der Zeit auf bis zu 26% angestiegen ist. All das allerdings ohne unkontrollierbare Inflation zu erzeugen. Trotz der krassen Herausforderungen durch den Krieg und die Umstellung der Wirtschaft stieg die Inflation während der Kriegsjahre nämlich nie über 15%. Das liegt vor allem daran, dass dem amerikanischen Finanzministerium das Grundproblem wohl bekannt war. Nämlich, dass nicht das Risiko ist, dass ihm das Geld ausgeht, sondern dass das größte Risiko die Inflation ist. Denn der Staat wollte ja jetzt möglichst viele Kriegsgüter produzieren. Man wollte aber gleichzeitig nicht den Lebensstandard der Menschen zu hart einschränken. Das heißt, die Konsumgüterproduktion musste auch aufrechterhalten werden. Beide, sowohl die Kriegsgüter als auch die Konsumgüterproduktion, brauchen aber Ressourcen. Sie brauchen Arbeitskraft, sie brauchen Rohstoffe, sie brauchen Technologie. Und wenn die knapp wird und beide zu viel davon haben wollen, dann besteht eben das Risiko in ein Wettbieten einzutreten, was dann eine Inflationsspirale auslösen kann. Dass das genau bekannt war, zeigen die folgenden drei Zitate aus der Besetzung des damaligen Finanzministeriums. Die Hauptprobleme liegen auf der realen, physischen Ebene. Wenn diese gelöst werden können, dann sind alle monetären Probleme potenziell lösbar und stehen einer erfolgreichen nationalen Verteidigung sehr unwahrscheinlich im Weg. Heißt übersetzt, Nicht Geld ist das Problem, sondern reale Ressourcen. Genau das ist auch Kernaussage des zweiten Zitats. Unser Problem ist deutlich schwieriger als das bloße Auftreiben von Geld. Die Hälfte der gesamten Produktion der Verfügung des Staates zuzuführen, birgt Probleme, die nicht mit denen von Finanzierungsfragen in Friedenszeiten zu vergleichen sind. Die erste unweigerliche Überlegung bei Projekten dieser Größenordnung muss es sein, Inflation zu vermeiden. Das ist tatsächlich ziemlich nah an dem dran, was wir M&Tler immer sagen. Nämlich, dass alles, was technisch möglich ist, auch finanzierbar ist. Dass die relevante Grenze für Staatsausgaben die verfügbaren Ressourcen sind und damit verbunden auch die Inflation. Und dass Wirtschaftspolitik genau daran ausgerichtet werden sollte und nicht an beliebigen Buchhaltungsergebnissen, wie zum Beispiel der Höhe des Staatsdefizits. Dass die Kriegsproduktion so schnell aufgebaut werden konnte, ohne drastische Einschnitte für die Konsummüterproduktion zu bedeuten und damit auch ohne drastische Einschnitte in den Lebensstandard und die Konsumausgaben der privaten Haushalte zu verursachen, liegt auch daran, dass die Ressourcen für die Kriegsproduktion viel schneller und in viel größerem Umfang mobilisiert wurden konnten, als gemeinhin oder im Vorfeld angenommen. Das lag zum einen daran, dass man viele Arbeitskräfte aus dem Bereich der Landwirtschaft rekrutieren konnte, aber auch viele Arbeitskräfte aus der Erwerbslosigkeit holen konnte. Zum einen gab es eine hohe Arbeitslosenquote noch, zum anderen konnte man Frauen rekrutieren, die im Vorfeld oder vorher vielfach noch von der Erwerbstätigkeit ausgeschlossen waren. Zum anderen verzeichneten die neuen Industriezweige in der Kriegsgüterproduktion dank mutiger und ambitionierter Industriepolitik total schnelle Produktivitätszuwächse und konnten dadurch Kapazitätsengpässe vermeiden, weil sie eben aus weniger Ressourcen mehr rausholen konnten. Die Grafik hier zeigt den Produktionsoutput während der Kriegsjahre und man sieht ganz gut, dass die Konsumgüterproduktion, hier die blauen Säulen, auch während der Kriegsjahre aufrechterhalten werden konnte, während die in grün dargestellte Kriegsgüterproduktion aufgebaut wurde. Daneben setzte man in der amerikanischen Wirtschafts- und Finanzpolitik auch auf explizit inflationsdämpfende Maßnahmen, Steuererhöhungen, ja auch Preiskontrollen, Rationierungen und eben vor allem auch, und das ist ganz interessant, auf Anreize zum freiwilligen Konsumverzicht, sprich zum Sparen. Man tat verdammt vieles dafür, um die Leute zum Sparen zu bewegen. Es lief dann alles unter dem Motto patriotisches Sparen und man schnürte zum Beispiel sehr gut verzinste Staatsanleihen oder bot andere Sparanlagen an, die dann auch öffentlich beworben wurden und den Leuten immer in Aussicht gestellt wurde, dass jetzt Sparen der Beitrag zum Krieg wäre und in Zukunft ja dann in Hülle und Fülle, in Saus und Braus gelebt werden könne. Denn der Regierung war klar, dass sie einen so großen Anteil an den Ressourcen beansprucht, dass sich der Privatsektor zurückhalten muss. Ansonsten droht nämlich Preiswettbewerb um die knappen Güter und damit Inflation. Dass sich der Privatsektor zurückhalten muss, galt insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Wirtschaft ja boomte, es herrschte quasi Vollbeschäftigung, die Leute machten alle mehr Einkommen, das sie aber eben nicht ausgeben sollten. So liest sich zum Beispiel in einem Bericht des US-Finanzministeriums folgendes. Der Grund für den Inflationsdruck, der dadurch erzeugt wird, dass die Hälfte des Nationaleinkommens an den Staat gelenkt wird, ist simpel. Es ist folgendes. Die Wertschöpfung der gesamten Produktion des Landes geht in Form von Löhnen, Gehältern, Renten, Zinsen und Dividenden und Profiten an die Produzenten. Jedoch besteht letztlich nur die Hälfte der Produktion aus Gütern und Dienstleistungen, die von diesen Produzenten gekauft werden können. Die andere Hälfte geht zwecks Kriegsführung an den Staat. Das Problem ist, die Menschen davon abzuhalten, ihr gesamtes Einkommen für die verbleibende Hälfte an Gütern auszugeben und damit lediglich die Preise aufzutreiben. Genau das erkannte und beschrieb auch der britische Ökonom John Maynard Keynes, der für den britischen Finanzminister damals ein Buch mit dem Titel How to pay for the war schrieb, zu deutsch, wie man für den Krieg bezahlt. Dort führte Keynes auch aus, dass das Auftreiben von Geld nicht das größte Problem sei, sondern die Gefahr des Wettbietens um knappe Ressourcen und damit verbunden die Gefahr der Inflation. Besonders interessant und relevant für den heutigen Kontext ist das, wenn wir an den Green New Deal denken, wenn wir wirklich ein Solarmodul auf jedes Dach packen wollen, wenn wir die Gebäude alle energetisch sanieren wollen, wenn wir den Verkehr umstrecken und Industrie mit erneuerbaren Energien betreiben wollen, dann bedeutet das eine Unmenge an Arbeit und einen riesigen Bedarf an Ressourcen. Um das bestmöglich hinzubekommen und das heißt ohne soziale Härten und ohne Inflation zu erzeugen, müssen wir wieder zu einer Finanzpolitik kommen, die sich um die realen Auswirkungen auf die Wirtschaft kümmert und weniger um die Konsequenzen für die Staatsbilanz. Zum Schluss hierzu noch ein perfekt passendes Zitat aus einer Rede von Beardsley Rummel, der während des Zweiten Weltkriegs die Zentralbank-Filiale in New York leitete. Die Notwendigkeit für einen Staat, Steuern zwecks Erhaltung der Unabhängigkeit, wie auch zwecks Sicherung der Solvenz zu erheben, trifft zwar auf Landes- oder Stadtebene, also für Währungsnutzer, jedoch nicht auf Bundesebene, also für Währungsherausgeber zu. Damit hat er quasi 1946 schon gesagt, was die MMT heute sagt und was ich in vielen Videos schon erklärt habe, nämlich den Unterschied zwischen einem Währungsherausgeber und einem Währungsnutzer in Sachen seiner finanziellen Handlungsfähigkeit. Aber es geht weiter. Der Krieg hat die Regierung belehrt und die Regierung hat die Bevölkerung belehrt, dass die Besteuerung auf Bundesebene im großen Maße mit Inflation und Deflation zu tun hat. Wenn die Steuerhöhe unzureichend oder die Steuerart die falsche ist, ist die Kaufkraft in den Händen des Privatsektors wahrscheinlich größer als die Produktion von Güter und Dienstleistungen, mit denen diese Nachfrage befriedigt werden kann. Wenn die Nachfrage zu groß ist, kommt es zu einem Preisanstieg und der US-Dollar verliert an Wert. Das ist Inflation. Andererseits, wenn die Steuerhöhe zu hoch oder die Steuerart die falsche ist, wird die Kaufkraft in den Händen des Privatsektors nicht ausreichen, um all die Güter und Dienstleistungen zu erwerben, die die Produzenten gerne produzieren und verkaufen würden. Das wird eine weit verbreitete Arbeitslosigkeit bedeuten. Damit gibt er uns als Linken mit, dass wir bei Steuerpolitik nicht immer nur uns auf Einnahmen fokussieren sollen, sondern dass wir vor allem die Konjunktur und die Auslastung der Wirtschaft im Hinterkopf haben sollen. Und damit verbunden dann Inflation und Deflation. Soweit also zur Finanzpolitik in Kriegszeiten und, wie ich zumindest finde, einigen interessanten Zitaten aus dem US-Finanzministerium. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ein Like und ein Abo dalässt, wenn du das Video deinen Freunden weiter empfiehlst oder es anderweitig teilst. Fragen und Anmerkungen, wie immer, gerne unten in die Kommentare hauen und ansonsten, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.